Okay, ausschwärmen. Und sucht alles von oben bis unten. Sind das... Menschen? Das ist ein Lebenszeichen. Die scheinen in den Korkons zu sein. Wer ist da? Hier drüben. Ich empfange etwas von der anderen Seite der Tür. Pierce, Finn, mir nach. Alle anderen suchen hier draußen weiter. HQ, drei von uns trennen sich von der Gruppe und dringen weiter in das Gebäude ein. Untertitelung des ZDF-Shin Piers! Piers, we'll still go! Kapitel, hierher, schnell, hierher, 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 schnell, hierher, hierher,culos-Trik. Das heißt auch mit Schluck. Ja! Da schlüpft etwas, Sir. Melde es dem HQ. Verstanden! Verstanden! Das war's für heute. Oh Gott, oh Gott. Das war's für heute. Durchsuchen Sie den Rest des Gebäudes, aber bleiben Sie wachsam. Gehen Sie den Rest des Gebäudes? 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 Ja, da haben Sie mal drüber geredet. Was haben Sie noch gehört? Wie wär's, wenn Sie erst mal die Waffen unternehmen? Nicht, bis Sie uns einen Grund dazu geben. Neo Umbrella. Neo Umbrella? Die Organisation, die die Guerilla unterstützt. Zumindest glaube ich, dass sie sich so genannt haben. Der C-Virus kam also von Ihnen? Mehr weiß ich nicht. Danke. Wir schätzen Ihre Kooperation. Finn. Sie werden auf sie aufpassen. Ja, Sir. Behalten Sie sie im Auge. Verstanden. Wir haben eine der Angestellten gefunden. Kehren jetzt zurück ins Foyer. Kommen Sie. Ich zeige Ihnen eine Abkürzung zurück zum Eingang. Ja. 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 Das war's für heute. Sie sind überall. Alle in den ersten Stock. Im Foyer ist es zu gefährlich. Im ersten Stock gibt es einen Ausgang. Den sollten wir nehmen. Ihre Freunde haben es nicht leicht. Ma'am, bitte. Behindern Sie uns nicht bei der Arbeit. Das war's für heute. Die kommen erst weiter, wenn diese Feinde beseitigt sind. Das war's für heute. Alle Feinde eliminiert. Bewegung! Diese Tür führt ins Lagerhaus nebenan. Von dort aus kommen wir raus. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. das war's für heute. Dieacji war's für heute. Was ist das? 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 Der Heli will seine Arbeit beenden! HQ, komm! Hier Alpha! Der Heli greift uns an! Leute, holt den Heli runter! Wie ist mir egal! Achtung! Das war's für heute. Geh! 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 Captain, wir können sie doch nicht gehen lassen. Unsere Mission ist es, die BOWs zu erledigen. Aber Neo-Arbrilla ist hinter Ihnen. Ich sagte... Unsere Mission ist es, die BOWs zu erledigen. Ich verfolge die BOW. Ich lasse Ada nicht so davon kommen. Captain, bitte, überlegen Sie sich das. Ich losamente. EvilIST macht euch die BOW die Beschnelle aus Berlin. Ein Freiherrn, gießt euch noch die básicamenteine Anzahl an. Und du seit Ja? Zeugional Еingules gew Astronom 고ge! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Alpha Team an HQ, wir verfolgen das Ziel! Alpha! 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 Warum zeigt sich das Ding nicht? Kettin! Warten Sie! Was zum Teufel haben Sie sich bei dieser Kamikaze-Aktion gedacht? Das sind meine Männer. Entweder sie folgen mir oder ich suche mir jemand anderen. Was reden Sie denn da? Wir rücken ab, Soldat. Ihr habt ihn gehört. Abrücken. Wie sollen wir das Ding erledigen, wenn wir es nicht sehen können? Mund halten und weitermachen. Keaton! Nicht auch noch du! Zauber! Verdammt! Hier ist es auch nicht! Reed! Reed! Lass ihn los, du Drecksvieh! Ruf! 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 Ja! 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 Herr Schmidt, implementiert für einen Schlagn 2, Kamm! Sie hat uns jetzt gekündigt von Nothing. Für dieBayern ist er schon sehr Drecksitschein. Und er hat ihn man ab. Ich wiederhole, es bewegt sich nach unten. Du kommst nicht davon, du dreckiges Scheißweh! Hier geht's nicht durch, helfen Sie mir. An alle, Bericht! Hier, Pierce, ich bin im zweiten Stock. Captain, ich kann Jeff nicht finden. Er ist weg! Reißen Sie sich zusammen, Marco, wo sind Sie? Erster Stock! Oh, Kacke! Ich glaub, das Ding ist hier! Unser Ziel ist im ersten Stock. Alle herkommen, sofort! Reed! Gottverdammt! Er schreit! Ich komme, Mann! Halte durch! Marco, nicht! Bleiben Sie auf Position! Haben Sie gehört? Das ist ein Befehl! Geht's! Was ist das? Okay, wir finden das Drecksvieh und erledigen es. Schnell und gnadenlos. Jeff! Armes Schwein. Wo bist du, du Mistvieh? Da oben! Nein! Endlich zeigst du dein hässliches Gesicht. Es ist da drüben! Wir haben meine Männer getötet! Ich mach dich fertig! Ich glaube, es ist da lang, Käpt'n. Ich mach dich. Das war's für heute. 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 Marco! Hey! Hey! Das war's für heute. Halt! 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 hab! Halt! ihrem kämpfen etwas mehr zu trauen sie WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Geh! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Das kann doch nicht wahr sein! Chris! Das war's für mich. Das kann auch nicht wahr sein. Nicht reden! Weg hier! Nicht fliegen! Bewegung! Wir müssen zu dem Gebäude! Geh! 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 Das kann auch nicht wahr sein! Nicht reden! Weg hier! Geh! 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 Wir müssen zu dem Gebäude! Wir müssen uns aufhören! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Danlos Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das war's und jetzt zu Ada Verstanden Sie ist hier! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wurde hier der C-Virus entwickelt? Ada! Ich werde dich kriegen Alpha Team an HQ, bitte komm! Wir verfolgen Ada Wong! Verstecken nützt nichts, Ada! Der Aufzug! Wir sind hier nicht allein Aufzug! Ja! Hey! Was zur Hölle ist das hier? Bleiben Sie wachsam. Wer weiß, was das Miststück geplant hat. Wir sind gefangen, Captain! Aktiviere Verriegelung. Teste auf Prototypen. Peter! Wir haben hier so faszinierende Arbeit geleistet. Wie wär's mit einem Spielchen mit einem der neuen Prototypen? Ihre faulen Tricks werden uns nicht aufhalten. Beschäftigen Sie die Biester. Ich öffne das Schloss. Sicherheitsverstoß in Raum 1. 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 Sicher deaktiviere Verriegelung in Raum 1. Spannendeck��ralben Los geht's. Wir haben keine Zeit. Jemand möchte nicht, dass wir Aida kriegen. Vielleicht arbeitet sie nicht allein. Das war's. 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 Das war's.